Sie kommt aus Italien, sie liebt Kunst und Design und seit über 22 Jahren ist Pia Pedevilla Autorin für Bastelbücher. Damit alle ihre unterschiedlichen Handwerksmaterialien Platz finden, hat die Autorin ihre Möbel einfach selbst gemacht. So lässt es sich in ihrem Atelier in Brunneck am besten arbeiten. Regelmäßig bekommt sie aber auch Besuch. Die Autorin hält nämlich viele Bastel- und Malkurse für Erwachsene und Kinder und ihre Erfahrungen spiegeln sich in ihren Büchern wieder. Im Frühjahr 2017 erscheint ihre neue Buchreihe. Alles ist dabei, wie zum Beispiel freche Pappbecherfiguren zum Spielen. Besonders geeignet sind die Techniken für Kinder ab vier Jahren. Hier dürfen auch Fingerstempel natürlich nicht fehlen. Jede Seite ist anders gestaltet und bietet viele Überraschungen. Zu der Reihe gehören auch die Trendthemen, Papierbasteleien oder Steine bemalen. Für jedes Kind ist etwas dabei. Also bleibt nur noch zu sagen, tobt euch aus.